Guten Abend. Finden Sie da was zu essen? Nein, nur für Steine für meinen Garten. Steine? Aha, was für Steine? Ganz normale Feldsteine. Ah, Steine sind eigentlich gut, die laufen nicht so schnell weg. Die erwischt man. Da ist schon wieder einer. Ach, da werden wir noch mehr finden. Auf dem Stück hier haben wir ja schon die Beerenbordel voll. Das ist ja eine riesige Fläche hier. Oh, da haben Sie noch einiges vor sich. Das dauert ja mindestens. Wie lange haben Sie Urlaub? Das ist ja Aufgabe für den Lebensabend. Wir wollen es nicht überschreiben. Immer so ein bisschen nach und nach. Hallo! Hier ist noch ein guter. Hier ist ein kleiner, runder und noch ein größerer. Der auch als Eckstein. Ja, genau. Der sieht gut aus. Gut, oder? Ja, ist okay. War mir aufgefallen auf dem Rückweg. Ja, ist okay. Okay, nichts zu danken. Alles klar. Tschüss. Oho, oho.